die steinriesen in der ferne und die gemeinschaft sammelte in höchster not ihre sachen zusammen und suchte verzweifelt nach einer höhle in der sie vor dem sturm schutz suchen konnte für die nacht sind aber gerade sehr täglichen tag aus und du vielleicht suchen welche mit starb Oh, das geht schon, braucht es nur einen, sehr schön hier auch noch mal einen Abschnitt, über den Riesen geht, sehr schön, hier eine Münze, da kommt Bilbo, es ist hier, da kommt der Riesen, da kommt der Riesen, da kommt der Riesen, durch Nest und erschöpft stolperte die Gemeinschaft in eine große, leere Höhle, das Glück schien sie an einen trefflichen Ort geführt zu haben, um den Sturm abzuwarten, doch dies war leider ein Trugschluss, Scheint sicher zu sein, zieh dich weiter hinten um, Höhlen im Gebirge sind selten unbewohnt, wir sollten doch in den Bergen warten, bis der Lauf zugestoßt, Pläne ändern sich, wofür? Ja, dann nimm die erste Wache, was ist das? Eine Fälle, das ist eine Fälle, wie die Zellen durchgereicht werden, das ist ja schon, auf Helm, und Bilbo fällt. was ist das? ? ouch zurück, ich warme dich, ich komme kein Tränen okay, haben wir einen Kumpel oder was? ein Ork-Kumpel. Ah ja, wir können auch spielen. Ein Ork-Kumpel. Einen verwirrten Ork-Kumpel. Oh, schade. Ein Blouse, da kommen wir nicht mehr ran. Sehr schön gemacht, dass wir jetzt hier mit dem Ork spielen können. Faszinierend. So. Da kommt jetzt die Randale. Irgendwie machen wir das jetzt dort. Den kommen wir da hoch. Ne, den. Oh, ein Kumpel. Der kommt hier nicht durch. Da brauchen wir schon Bilbo für. Obwohl wir dafür natürlich einsammeln. Zack, durch. Ah, okay. Einen Sack verschneiden. Das klang jetzt sehr falsch. Und schmerzhaft. Ähm, was? Was? So hier. Alle Stats mitnehmen, die man mitnehmen könnte. Ach, wenn wir jetzt ein Lego spielen, bin ich geldgeil. Lego-Spieler. Und wie ist das? Oh. Der kann da hoch. Ich dachte, das führt gut um. Gut um ohne. Oh, das ist so weh. Oh. 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 auf dem Platz ok jetzt kommt wir spielen hier gerade ein verwirrteren Org dafür dass er verwirrt ist dafür dass er einen auf dem Deckel bekommen hat kann er auch ziemlich gut interagieren hier das Holz und ein bisschen Seil jetzt wird wieder gebaut ein schwebende Lohre das wäre es verpickt dann hier nein nein sehr schön entweder grün und wirf den Org und weiter höher durch durch hier sehr schön und und wen haben wir denn da wenn das meine ich der liebe Gollum ist mein Schatz sch hat er sich verehrt mein Name ist ist ich bin ein Hobbit aus dem Auenland und ich möchte so schnell wie möglich nicht mehr verirrt sein wir wissen wir wissen's wir wissen sichere Wege für Hobbitze also wieso machen wir nicht ein kleines Rätselspielchen ja ja und wenn es verliert nun wenn es verliert mein Schatz dann fressen wir es einverstanden was hat Wurzel man kann sie kaum sehen ist höher als alle Baumwipfel stehen nach oben steigt es bis ans Licht und dennoch wächst es nicht aha ok jetzt müssen wir die Lösung des Rätsels zusammenpuzzeln oder was na da bin ich ja gespannt wie wir das hier puzzeln wollen Verzeihung der Genoss hat genossen oh ein Pixelabort schreit 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 ich weiß es ich weiß es du wirst es auch in den Schatz mit der Lösung schreit 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 So, na dann, machen wir mal ein bisschen Wind. Macht ihr ja, das ist kaputt. Schandalös. Etwas das alles und jeden verzerrt. Helm und Panzer, AX und Schwert, dir Vogelblume, haßt und lauch. Aus Hartzensteine, Malte Staub. Aber Bilbos Rätsel kommt mir gar nicht vor, wir haben auch ein paar Fragen gestellt. Brauchen wir aber eine Schaufel. Um das zu buddeln. Oder wie oder was oder was. Aha, ja. Na so geht es auch. Ich habe mal durch. Lass mal kurz was trinken. Sorry. Irgendwie soll der Obst da hochkommen. Ähm. Ja schön. Wenn ich eine kleine Treppe machen. Damit der Onko hoch kann. Das ist mir. Na toll. So. So. Jetzt den Weg aufbauen. Und erstmal eine Platte. Und erstmal eine Anleitung bauen müssen. So. Jetzt brauchen wir. Stein. Ja, 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 ja. Und dann. So. 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 Ich hab gewonnen. Du hast versprochen, du zeigst mir den Ausgang. Wo ist der? Wo ist der? Ist der? Ist der? Und jetzt wird hier noch gekämpft. Wie hat es gefagt, bewaffnet in mein Königreich einzudringen? Spione? Diebe? Mordgesinde? Zwerge, oh Herr Bothein! Zwerge! Sie waren in der vorderen Eingangshalle! Ich kenne dieses Schwert! Das ist der fußbarer Okspalter! Der Beißer! Er schlagt sie! Tätet sie! Tätet sie alle! Das wird in meinem Haus gespeitert. Das ist der fußbarer Okspalter! Er ist der fußbarer Okspalter! Der Beißer ist der fußbarer Okspalter! Der Beißer ist der fußbarer Okspalter! Der Beißer ist der fußbarer Okspalter! Und der Beißer ist der fußbarer Okspalter! Das ist der fußbarer Okspalter! Der Beißer ist der fußbund! Der Beißer ist der fußbarer Okspalter! Kampf! Was ist mit Gandalf? Na komm! Das ist doch nicht so gut mit Gandalf Ich nehme wieder Torrin Ok Dann machen wir den hier Für die Für die Oh, da können die Kriegeses Das ist doch hier Na komm Das ist doch 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 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 6 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 15 15 15 15 15 16 17 sehr schön nicht raten müsste würde ich sagen jetzt ist Tobin's oder Gandalf's was er mit ihr fragt das ist alles irgendwie ein bisschen naja sag doch Gandalf muss hier mal ein bisschen zaubern na komm auf die Rübe auf die Rübe na komm zack flucht aus Orkhausen eben hieß noch Orkstadt aber gut ups so hops immer weiter flucht voran da brauchen wir mal den Gandalf ja komm na komm ja das war nicht so effektiv ähm das machen wir mit euch und wenn man durchfährt ist da steht eine ganze Armee hier ah ok Nordzwerg und Attacker und Flaschenzug und 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 grün Ja komm, zahle Und weiter durch Der bräuchte mein Zinn hier Ja gut Das Kettendingen müssen wir noch üben So, Wetter Ich denke Das wäre ein böses Geräusch Oh, Leute, den haben wir noch gar nicht Ich habe gar nicht so oft gespielt Weil der auch nichts kann Ich stehe drauf Okay Autsch Weiter hier Sind lang Hier geht es auch nochmal weiter Ein gründes Steuerrad Okay Genau, ein paar Satz von hier an Na komm Rauf hier Okay, den brauchen wir noch Und Hepp Sehr schön Und rüber da Rüber Zack Und dich noch Jetzt sieht er schon was, was da gleich von Den anderen gemacht werden muss Wie kommen wir jetzt noch hier weiter Ähm, okay Eine Kurbel Was kurbeln wir damit Okay Okay, nix Achso Hier müssen wir uns erst mal das Kurbelgerät Zusammen dauern Nein Die brauchen wir noch So Kurbel, die Kurbel, die Kurbel Und da oben geht es weiter 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 Untertitelung des ZDF, 2020